hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2023 es geht weiter mit der zweiten hälfte vom giro wir sind auf der elften etappe heute sollte das wohl einen tag für die sprinter werden von uns und alle fahrer vom höhepunkt blase noch im führungstrikot und wir hoffen bei den sprints klappt es jetzt für sam wells fort endlich mal noch sieben kilometer es geht jetzt so langsam in die vollen hier auf der etappe ihr seht links wie rechts bilden sich wieder die sprint züge und einmal mehr die frage wir sind komplett zugeblockt versuchen noch mal auf die linke seite zu wechseln keine ahnung ob das eine gute idee ist so jungels malen wells fort diesmal haben wir alle drei jungs hintereinander hoffe dsm schneidet uns nicht den weg ab doch tun sie leider rein malen schafft raus aber sam wells fort nicht so wirklich immer hier vorne ganz alleine auf weiter flur aber vielleicht zu früh angetreten fragezeichen er jubelt schon und am ende reicht es auch für den sieg malen gar nicht mit so einer schlechten ausgangslage wells fort war leider nicht an seinem hinterrad dementsprechend hier mal wieder nur platz 13 es läuft nicht ja das hier sind bislang die bisherigen ergebnisse von wells fort nach circa der hälfte die frische lässt auch schon zu wünschen übrig der regwert 63 und dazu haben wir von einem unserer trainer auch eine nachricht bekommen also sportlich lief es bislang bei wells fort ja noch nicht so er wirkt aber auch inzwischen sehr erschöpft wäre es nicht besser wenn wir ihn vielleicht vorzeitig aus dem rennen nehmen sonst können wir in der restlichen saison nichts mehr mit ihm anfangen was meinst du luke ja was ich davon halte inzwischen frische sogar sehr schlecht eigentlich nix ich will ihn nicht rausnehmen ich will mit dem etappen gewinnen aber ist vielleicht durchaus was dran es war ja zu erwarten dass er aufgrund seines schlechten regwertes in eine dreiwöchige tour echt leicht nicht so gut zu gebrauchen ist wird die natürlich aber gerne noch mit einem etappen sieg verabschieden was erwartet uns auf der zwölften etappe zu hart für wells fort sage ich mal mit dem letzten anstieg möglich könnte tag für ausreißer werden kontrollieren erst mal das renngeschehen und check mal so die lage ab vorne bildet sich jetzt eine elfköpfige spitzen gruppe ist in der gesamtwertung keiner gefährlich alle über eine stunde entfernt von uns kriegt er jetzt heute aber keinen freifahrtschein die müssen alle für blase auf ackern gucken je nachdem wie schwer das gefahren wird also das wird jetzt kein tag für die gesamtwertung aber mit wells fort können wir da eigentlich auch nicht einen plan nach diesem anstieg elf kilometer durchschnittlich 5,7 prozent danach eine abfahrt und flachstück von dem von der bergspitze 30 kilometer noch bis zur ziel linie wir sind jetzt drin in der schlusssteigung und so wie es aussieht wird diese etappe hier tatsächlich an die ausreißer gehen also die anderen teams haben sich jetzt auch nicht so wirklich beteiligt am paar wells fort und mallen haben sich auf dem flachen schon ziemlich aufgeopfert ich werde jetzt mal ein zügiges tempo an den tag legen sind aber noch vier minuten haben zwar noch ein bisschen berghoch aber ich glaube das kriegen wir nicht mehr hin ich war zügig dass jetzt die anderen nicht auf die idee kommen blase aufs führung zu attackieren aber es geht für uns nicht mehr um den sieg heute unterdessen haben sich drei leute an der spitze abgesetzt gorka isagire brüdi molar und matteo fabo der ehemalige bohrer hans kohl fahrer der feld jetzt zurück gucken wir mal am hauptfeld hier hat sich jetzt nicht wirklich was getan und dass wir hier mit allen jungs die noch irgendwie relevant sind aber auch mit dem gesamten feld auf die letzten 30 kilometer gehen gorka isagire von kofidis kommt hier als solosieger am ende an dreiviertel minute vor molar und fabo die haben sich wieder zusammengefunden molar gewinnt den sprint und platz zwei hinter caspar pedersen und dann kommen wir mit dem großen hauptfeld und letztendlich wird hier keine nennenswerten zeitabstände geben etappe 13 ist jetzt wieder ein tag für die gesamtwertung das ist zwar eine verkürzte etappe wie sie in echt da durchgeführt würde das war jetzt nicht planmäßig dass sie nur 74 kilometer lang ist aber so ist es im spiel ja wir versuchen für was auf den laden so gut es geht zusammenzuhalten am besten ausreißer gar nicht erst so wirklich weglassen beziehungsweise da wäre vielleicht gar nicht so schlecht aber ich glaube das lassen die anderen leute eh nicht zu ich glaube hier wird von der ki wieder egal was ich mache von anfang an mega tempo geballert werden zum glück starten wir direkt vorne mit den meisten leuten unseres teams auch mit dem führungstrikot der erste anstiegs glaube ich sogar am schwersten 15 kilometer durchschnittlich achteinhalb prozent ganz montana der schlussanstieg 13 kilometer siebeneinhalb ja auch nicht zu verachten zwischen kleines tal wir gehen einfach hier mal auf seine 75 einsatz gucken mal wer so attackiert kataneo versucht remy kavanja für die gesamtwertung auch völlig irrelevant okay das scheint jetzt erstmal eine ganz gute konstellation zu sein vorne haben wir sechs ausreißer habt da eben sehen fabro hat sich wieder zugesellt simon geschka auch noch wir haben schon die hälfte von dem anstieg und zumindest hier haben jetzt die anderen gc teams noch nicht vor uns auseinander zu nehmen da können wir erstmal gechillt mit rein malen vorweg fahren und es geht rein in die schlusssteigung die ausreißer gruppe rund um geschke ist noch zusammen da gibt es attacken rafael michael damiano caruso und jetzt fällt das piloton so langsam auseinander noch knapp 70 mann also relativ groß aber das wird sich jetzt schlagartig ändern ja aber eigentlich noch alle wichtigen helfer am start west fort mit gamper die sind von anfang an und nicht dabei gewesen da haben die sich ausgeklinkt mal gucken was jetzt hier die neos und wisst mal so schönes vorhaben ja ich glaube ich muss jetzt viel mal auf den bergfahrer übergeben drei malen ist da so ein bisschen am ende wenn es können es angekommen arling hat kowski rechts noch mal weitere attacken so können wir erstmal weiterfahren wen haben wir hier caruso noch mal maika carlos verona die sind alle nicht gefährlich die stressen uns nicht drei minuten noch nach vorne könnte mir vorstellen je nachdem wie hoch das tempo ist dass die hier sogar durchkommen sind auch gute bergfahrer mit lemmreise roscha und kataneo steigungsprozente sind auch bis nach oben hin relativ gleichmäßig ich gehe jetzt so eher auf nummer sicher ich glaube wir haben jetzt auch nicht so die kapazitäten für eine attacke aber als er vor kurz sagen jetzt wird doch bestimmt noch mal eine von den gelben gleich kommen vorher sepkus angetreten und konnte dann nicht mehr ja wir sind schon auf dem letzten kilometer nehmen mal eben kurz mit wie es vorne läuft lemmreise roscha und fabro werden wir gleich sehen währenddessen haben wir hier blashof und emo buchmann hinten oder kann emo da noch mal den beschützer spielen während wir vorne tatsächlich ein kopf an kopf an kopf rennen sehen wer ist vorne lemmreise gewinnt aber quasi alle drei gleich auf und auch hier kataneo dann haben wir wenige glas auf quasi zeitgleich mit dem immer buchmann gut dabei und dann gibt es ein abstand hatte plus verliert zum glück für uns ein bisschen jungels hoch stark alter wir haben echt gute helfer bislang so brero hat sich auch noch gut dabei muss verliert ebenfalls zeit wir blicken auf die siegerehrung gut weniger hat vier sekunden auf laser aufgeholt nicht der rede wert ansonsten machen wir ein bisschen gut in der gesamtwertung 30 sekunden vor dem denn der plus verliert an boden buchmann bleibt auf der vier so brero auf der sechs während wir gerade sportlich beim giro unterwegs sind gibt es von einer unserer mitarbeiterinnen ein kleines update was transfers anbelangt hören wir doch mal rein hi luke ich habe eine erste rückmeldung zu nikias arndt es ist zwar noch etwas früh also noch nicht spruchreif aber sein berater hat mitgeteilt dass nikias gerne beim besten deutschsprachigen team fahren möchte bei uns könnte er als vielseitiger fahrer insbesondere auch bei den klassikern gut zum einsatz kommen also wenn man sich hier seine werte mal anschaut ich sitze da ein bisschen drüber aber hier ist auch noch mal so sein rennprogramm was er bislang so fahren durfte ja auch bei berein haben wir hier ja quasi in allen ksp rennen zum einsatz genau da denke ich ist ja für uns auch wichtig mal gucken ob ich hier überhaupt eine grand tour bestreiten darf zumindest jetzt beim giro ist ja nicht am start keine ahnung ob er zum tour aufgebot gehört aber eigentlich können wir ja bis dahin auch vertraglich schon irgendwie ein bisschen weiter kommen bei dem deutschen auch für uns als einer der potenziellen anfahrer vielleicht nicht so als letzter man aber vorletzter er ahnt auch nice to have etappe 14 ist interessant großer berg dazwischen aber der rest komplett flach also eigentlich sollte das wohl ein sprint werden die fitness von wells fort baut jetzt auch allmählich ab jetzt oder nie dritte woche ist ja eher sehr berglastig mal gucken ob wir den bis zum letzten tag durch schleppen können aber ein paar gelegenheiten gibt schon noch so 23 heute er ist vielleicht mal ganz angebracht jetzt an tag 14 zwischenzeitlich waren zwar mal einige ausreißer weg auch um sich hier 40 bergpunkte bei der wertung zu holen dann mit kurz vor der zweiten sprint wertung und danach auf dem flachstück ging es auch ganz schön ganz schön rund was das tempo fällt anbelangt deswegen ist die energie unserer fahrer auch so niedrig einfach weil die sprinter team sich hier noch ziemlich strecken mussten um die ausreißer wieder einzuholen mich zwar nur geringfügig beteiligt so ein bisschen mit patrick gamper um das feld anzuführen müssen wir ja eh als müssen wir nicht unbedingt aber machen wir eigentlich als team des führenden wir haben nichts mehr um den sprint anzufahren dabei hatte ich jetzt heute mir mal ein bisschen was anderes überlegt vorher mit mehr gas wirklich anzuziehen auch leute hinter welts vor dran zu hängen damit man so ein bisschen ja die nach hinten auch absichert dass er nicht immer so den anschluss verliert dass wir hier eine schöne kette bilden sieht jetzt zwar gerade bei den anderen auch nicht so gut organisiert aus gebe ich zu vielleicht war das auch für die anderen hertha hertha bsc gucken wir mal aber ich mache mir da noch keine illusion wir haben aber in leichten bergab sprint so brero gibt mal gas kommen wir hier mit malen und wells fort mal in eine gute position wir sind zumindest gut platziert auch wenn wir vielleicht ein bisschen früh anziehen rein malen sam wells fort am hinterrat kommt hier raus oder das ist somit der beste sprint den wells fort bislang hatte es reicht zwar nicht für ein sieg schade ich dachte er wird dritter fünfter ok platz 3 wäre drin gewesen ja in anbetracht dessen wie es bislang lief war das denn mit abstand beste sprint dem was doch mal positiv haben hier einen nennenswerten ausfall zu verbuchen timmerlier musste aufgeben aufgrund eines sturz und in der gesamtwertung pavel sie war kopf deutlich zurückgefallen glaube auch aufgrund eines sturz anders kann ich mir das kaum erklären warum der jetzt so viel zeit verloren haben soll oder war aber auch längst nicht der einzige also hier eineinhalb minuten da hat es doch ein paar getroffen molano der führende in der punkte wertung auch unter anderem also vielleicht war es doch zu hart davor uran micah sepkus also auch gute bergfahrer und hier sind sie war kopf und magnality von uae ja deswegen sieht die gesamtwertung aktuell nach 14 etappen wie folgt aus auf der 15 etappe geht es jetzt mittelgebirgig weiter der größte anstieg hier direkt zu beginn am ende wird dann nicht mehr ganz so schwer zweier kategorie abfahrt kurzes flachstück am ende noch so kurzer steiler anstieg mit kopfstein pflaster könnte im tag für die ausreißer seien sage ich mal rechne jetzt in der gesamtwertung noch nicht so mit dem mega schlag abtauscht glaube das kommt er in den nächsten tagen vielleicht könnten wir auch mal einem die chance in der ausreißer gruppe geben so rein malen und bob jungels starten vorne ja malen ist kein bergfahrer aber den kann man hier mal für das lache denke ich benutzen und auch vielleicht für die zeit nach den anstiegen wir versuchen man mit den beiden in ausreißer gruppe zu kommen kann es für rona die slam reise der war zuletzt schon erfolgreich in ausreißer gruppe unterwegs vielleicht kann sich hier eine ganz gute gruppe bilden an sich hätte ich auch kein problem damit wenn die etappe an die ausreißer geht vielleicht kann jungels da mal um sieg mit kämpfen so sehen die anstiege hier im detail aus beim letzten haben wir ja durchschnittlich sechs prozent auf elf kilometer hier noch mal so einen kurzen knackigen anstieg also jetzt an sich nix wo wir so richtig angst haben müssen patrick gamper auch hier gar nicht mal das feld von vorne anführen denn wismar lisebike und ineos machen wir das tempo die wollen wahrscheinlich später noch mal bisschen attackieren wir schützen da erstmal unsere fahrer sturz von sam wells fort schauen wir mal was daraus wird er fährt aber weiter kein problem ja und vorne sind jungels und malen in der gruppe rund um rochard manches fabro leben reise verona einige gute bergfahrer dabei wenn unsere beiden jungs hier am start die fragen hier aber ziemlich gemächlich der abstand entwickelt sich jetzt auch nicht so wirklich das wird so nix wenn man so langsam fährt diverse stürze hier in der abfahrt heute wuchs o'connor hat es erwischt mulano im buchmann kommt hier jetzt auch gerade zu fall ob weniger hat es eben auch sogar erwischt zum glück fahren alle weiter von uns jungs bleibt doch sicher auf dem rad knapp 85 kilometer vorm ziel ist der abstand der ausreißer gruppe jetzt schon deutlich größer geworden hier wird gerade um die bergpunkte gesprintet wir wollen einfach nur folgen fast zehn minuten haben wir inzwischen ja und ein anstieg steht noch an also sieht gut aus für die ausreißer gruppe carlos verona ist hier der bestplatzierte mit 13 minuten irgendwas waren das glaube ich wo ist er hin 13 1 halb ja ansonsten juckt uns das jetzt eher wenig die ausreißer gruppe fährt jetzt gleich in den letzten anstieg rein währenddessen im hauptfeld ein bisschen fahrt aufgenommen uae jumbo und ineos arbeiten hier zusammen zwischenzeitlich hat die ausreißer jetzt sogar mal zwölf minuten ok jetzt das tempo wieder einigermaßen raus ich war einfach mit gamper ne 70 weiter es sei denn die anderen wollen schneller fahren caruso ja ich glaube eine attacke macht hier wenig sinn aber will jetzt mal das tempo hier ein bisschen hoch schrauben wir sprengen wieder nach vorne hier sind es noch zehn kilometer jungels wartet erst mal ab aber könnte durchaus eine option schaut euch diese geilen werte an für den tappen sieg sein wenn wir es clever ausspielen aber es gibt durchaus gute konkurrenz zahler hier auch ein starker bergfahrer noch dreieinhalb kilometer bislang sind hier noch zehn leute beisammen ja zwei fallen hinten raus ist halt die frage bleibt man da jetzt komplett zusammen und versucht es an dem letzten anstieg sind echt starke fahrer massenader ebenfalls ich warte vielleicht mal wenn es um die bergpunkte gleich geht währenddessen schauen wir eben einmal im hauptfeld aber ihr verpasst hier nix abro fällt zurück also das tempo ist relativ gechillt da brennt eigentlich nix an wir versuchen jetzt einfach mal mit bob jungels die offensiv ein bisschen vorzugehen mal gucken ob wir hier eine lücke reißen können vielleicht eine kleinere gruppe bilden so vier mann nur noch zwei mann nur noch zahner und jungels wenn wir den in der abfahrt irgendwie los werden oder bleiben wir zu zweit zusammen oder hat sich ein guter abstand gebildet ich versuche mal den in der abfahrt noch anzugreifen ansonsten bleiben wir mit zahner hier zusammen im duo ja bob jungels kann sich immer mal wieder so ein paar meterchen absetzen aber so richtig weg kommt er eben nicht er sollte wahrscheinlich im sprint war wobei jetzt na ich glaube ich nehme raus und regenerieren bisschen nicht dass wir hier zu viel investieren können an sich gerne mit zahner zusammenarbeiten haben erst schon mal einen ordentlichen vorsprung in der gruppe ums führungstrikot führt alioti jetzt das fällt an das sind so 40 bis 50 mann hier ist aber nix angebrannt flassoff mit einem sturz und fährt zum glück weiter uiuiui jetzt müssen wir einmal kurz warten buch man fällt auch noch hin jetzt überschlagen sich hier die ereignisse so emo fährst du auch bitte weiter ja vielen dank so dann reihen wir uns hier einmal wieder ein vorne haben sich jetzt jungels und zahner so viel zeit gelassen dass die dahinter wieder aufschließen ich nehme hier mal völlig raus scheiße jetzt attackiert zahner ruf hat man greift doch an das lief jetzt nicht gut das lief jetzt nicht gut ich hatte eigentlich vor bei dem nächsten anstieg dann anzugreifen habe ich vielleicht zahner ein bisschen unterschätzt ja eigentlich die die jetzt zurückgekommen sind die dürften noch nicht mehr so viel power haben die haben wir schon mal stehen lassen aber zahner den müssen wir eigentlich wieder einholen sonst haben wir gleich ein problem wenn wir an dem dran sind legen wir uns da vielleicht erstmal kurz dran so alles klar und jetzt geht es in den anstieg rein soll wir attackieren mal so ein ganz bisschen bisschen kopfsteinpflaster haben wir hier auch bob jungels kann sich ein paar meterchen absetzen die lücke geht auf zieht gut aus für jungels ich glaube da hat keiner mehr power um noch zurückzukommen oder sieht gut aus mit der 90 27 29 sekunden abstand rausgefahren nice junge währenddessen springen wir einmal kurz nach hinten hier sieht auch alles in bester ordnung aus 53 sekunden abstand nice die anderen sind geschlagen ob jungels holt sich hin etappensieg und schiebt sich auch ja gar nicht unsere absicht gewesen aber in der gesamtwertung sau weit nach vorne muss man sagen schönes ding ich ob jung ist einfach ein geiler fahrer etappensieg auf der 15 wollen wir jetzt hier vielleicht noch mal ganz kurz jetzt machen wir einfach mal brettern jetzt mal ganz kurz mit high speed rein in diesen anstieg vielleicht können wir da noch mal ein bisschen abstand rausfahren sobrero geht zur seite hochmann opfert sich auf blase auf so da haben die anderen vielleicht nicht so mit gerechnet hochmann kann vielleicht für blase auf hier mal anführen aliotti du bremst auf jeden fall mal ab ich brauche man nicht er ist jetzt keine riesen fast was ich hier aufmachen kann aber hingega caruso buitrago plus ja dahinter jeder abstand ein bisschen auf hingega und caruso holen uns wieder ein ja aber zumindest ein paar leute buitrago wird vielleicht noch zeitgleich gewertet de plus haben wir ein paar sekunden abgenommen also teilerfolg ob jungels holt hier unseren dritten etappensieg zweimal blase auf einmal jungels insgesamt waren es knapp neun minuten das heißt in der gesamtwertung dem was hier bob jungels springt jetzt hier auch in die top ten also wir haben vier leute in den top ten blase auf weiterhin in front halbe minute ist halt nix wo man sich ausruhen kann auch de plus mit 1 11 verliert nur ein bisschen schauen wir uns mal die anderen wertungstrikots an in der punkte wertung spielen wir eigentlich keine rolle bergwertung ja so im vorbeigehen ein bisschen aber nicht wirklich der rede wert und in der team wertung sind wir das maß aller dinge ja ganz ehrlich leute den vertrag von bob jungels sollte ich auch schnellstens verlängern der läuft auch aus also da sehe ich keinen grund weshalb wir nicht versuchen sollten den zu behalten hoffentlich kann er auch jetzt eine gute figur abgeben wir brauchen alle helfenden kräfte auf der 16. etappe sam wells forward ist aus dem formhöhepunkt raus schlechte frische ja mal gucken ob er die etappe überhaupt überlebt im zeitlimit denn das ist jetzt so die erste richtig heftige wergetappe anfangs flach aber dann jetzt richtig hoch hinaus am ende schlussanstieg dann hinauf zum monte bondone ja und die frage ist will man dass sam wells fort überhaupt antun an dem tag danach haben wir noch eine flache etappe komplett flach was ein sprint werden könnte also wenn es irgendwie machbar ist würde ich das schon versuchen den hier durch zu schleppen wir schauen mal wer heute versucht in die ausreißer gruppe zu kommen also bob jungels ja natürlich auch ein kandidat aber wir wollen ja die gesamtwertung gewinnen also der muss ich jetzt heute erst mal wieder in den dienst der mannschaft stellen denn schaut euch mal hier diese krassen anstiege an wir wollen ja nicht das blas auf am ende alleine da steht heute wird glaube ich schon mal ein entscheidender tag sein idealerweise wenn wir gute beine haben wollen wir wenige gar zeit abnehmen da können wir uns noch nicht darauf ausruhen haben nachher natürlich auch noch ein bergzeit fahren richtig schweres bergzeit fahren ganz zum ende wir hatten eben zwischenzeitlich schon mal konstellation die mir nicht gefallen haben da war jemand dabei der nur fünfe eine halbe minuten abstand hatte in der gesamtwertung aber das mussten wir dann zu fahren lidl track hat sich da zum glück auch beteiligt aber wales fort musste sich da auch mal ein bisschen strecken jetzt haben wir hier vorne 27 mannen also ich glaube bei der größe kann man auch davon ausgehen dass hier welche durchkommen werden wein quintana costa juli jensen konrad mcnalti viele gute bergfahrer aber niemand der jetzt in der gesamtwertung für uns so wirklich gefährlich ist ich glaube ui costa mit ungefähr zehneinhalb minuten der best platzierte noch knapp 57 kilometer für das peloton wir sind ungefähr zwölf minuten zurück kamper und alioti führen hier das feld an und währenddessen haben wir ganz vorne eine elfköpfige spitze wo sich die besten bergfahrer abgesetzt haben jay vine patrick konrad rigoberto uran brandon mcnalti und co der spitzenreiter hat noch knapp 15 kilometer berghoch zu absolvieren und es hat sich gerade tatsächlich der alte oberwerk weggefährte patrick konrad der österreicher hier abgesetzt mal gucken ob er das tempo bis nach ganz oben hindurch ziehen kann währenddessen im hauptfeld hilft wismar so ein bisschen aus wir haben 13 minuten abstand ich weiß das ist ein ganz schönes brett aber wir können uns das erlauben außerdem jetzt an der letzten steigung werden wir das tempo auch stetig mal erhöhen das peloton besteht noch aus 45 leuten relativ groß aber ich denke das dauert auch nicht lange bis das hier in einzelteile zerbröselt bislang war das tempo ja noch relativ gemächlich wir haben aber auch immer noch 17 lange kilometer berghoch also das dürfen wir nicht außer acht lassen deswegen versuche ich so lang wie möglich hier irgendwie unsere helfer noch mal dafür zu verwenden patrick konrad ist weiterhin alleine hat immer noch einen abstand von ungefähr einer minute auf seinen verfolger uran fünf kilometer noch währenddessen im hauptfeld ob jungels wieder einen vorzüglichen job gemacht hat er kann jetzt auch rausnehmen ja wenn er dann zeit einbüßt ist auch scheißegal wir haben ja genügend leute die in der gesamtwertung weiter vorne sind matteo sobrero hat jetzt auch nicht noch mehr dazu zu setzen rufmann der letzte helfer für vlasov noch sechseinhalb kilometer und ich befürchte jetzt gleich eine attacke von wismar immer noch 20 leute heute mal so richtig hochgebirge naja 20 trifft es nicht ganz jetzt fällt die gruppe weiter auseinander alter die sm hier mit ihrem riesen aufgebot währenddessen wurde das tempo jetzt hier vorne über erhöht sepp kurz am hinterrad jonas hingegar aber wir bleiben noch mal ganz cool denn alex vlasov hat hier immer noch fünf kilometer berghoch emu ist am ende seiner kräfte vlasov fährt erstmal so eine 67 vielleicht weiter wir haben hier ein paar leute die aus der ausreißer gruppe kommen deswegen das hier gerade so ein bisschen verstreut maika kann nicht mehr jay kommt auch aus der ausreißer gruppe holy shit sepp kurz hat sich verausgabt jonas hingegar ja 83 berg wir sind jetzt das erste mal so richtig in der höhe wird uns hier anscheinend heute lang machen der pisser konrad hat gewonnen hingegar noch auf den letzten zwei kilometern hamilton dann haben wir kurs und herada dahinter kommt dann vlasov der hat eigentlich noch einen ganz guten tritt drauf was soll man gegen jonas hingegar bitte machen wir haben hier ein defizit von fünf punkten im werk das erste mal heute so richtig hochgebirge ihm unterstützung hätte so einen tacken länger noch erfolgen können hingegar hatte halt mit kurs in ein top helfer der sogar vor uns ins ziel kommen wird da sprinte der nummer um die letzten sekunden scheiße das auf büßt hier ordentlich zeit ein was mag das am ende sein zwei minuten schätzungsweise vielleicht ein bisschen mehr schlepp dich durch alle anderen schlagen wir hier eigentlich ziemlich komfortabel caruso und co dann kommt ebeno buchmann keine schlechte performance aber es sind halt nicht hingegar und kursen romano man am ende sind zweieinhalb minuten die alexander blazer verliert auf jonas hingegar dadurch verändert sich natürlich die gesamtwertung insofern wir fallen auf platz zwei zurück rufen man über einen platz drei sogar zwei leute auf dem podium aber der abstand zur eins das ist halt das problem und leider das was ich befürchtet habe es war wohl nur eine frage der zeit natürlich ist der giro noch nicht durch las auch bis zum ende im formhöhepunkt bleiben davon kann man ausgehen aber die frage ist ja hingegar bricht er noch mal ein oder kommt er jetzt erst so richtig auf touren und das fürchte ich wird so ein bisschen der fall sein hier im hochgebirge patrick konrad springt mit seinem sieg hier auf platz sieben also ich meine ich nehme auf platz zwei und drei mit so ist es ja nicht aber wir wollen natürlich die spitze noch angreifen das geht dann aber erst beim nächsten mal weiter wenn es wieder heißt mr luke zockt pro cycling manager 2023 bis dahin macht's gut ciao